Die Fahne, die wir jetzt haben, steht sicherlich oben, die Fahne hängt noch nicht gerade unten. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen macht es ein bisschen Spaß. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Botrennen, wenn man das irgendwo erzählt, dann sagen die immer, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich kann nur sagen, es macht Spaß. Es ist schön, man ist mal wieder ein bisschen in einem Stadtteil mit mehreren Menschen zusammen. Aha, fertig, ich muss Ihnen sagen, der nächste Rennwagen ist da. No Marci heißt er und ist die Nummer vier. Auf die Plätze, fertig, los! So, das ist schon mal der Schild. Drei, hey, der ist aber flott auf dem Ball, der liegt sogar auf dem Kopf. Toll, toll, die Füße vorne, kein Wind. Riesen Applaus für eine junge Dame, zum ersten Mal auch wieder bei uns dabei. Herzlichen Dank. Toll, hat Spaß gemacht. Das Gewicht für den Puttdeckel war zu hoch. Alles klar, wir sind in die Scherben. Schönen Dank, war gut. Und vielleicht können wir mal...